Kapitel 6 Goldene Ekstase Duamed war immer schnell gewesen. Schon während der Zeit des Fleisches hatten ihre Übungskämpfe für Oltix öfter auf dem Rücken als auf den Füßen geendet. Der Biotransfer hatte ihre Reflexe offensichtlich nur zu neuen Extremen getrieben. Als sich ihre Klingen kreuzten, sah Oltix, dass es ihr auch den Weg zu neuen Vorteilen eröffnet hatte. Selbst in der erhöhten Wahrnehmung seines Kampfzustandes konnten Oltix Okulare ihren Bewegungen kaum folgen und ihre Glieder strahlten den verräterischen Quantenrhythmus der Kryptech-Künste aus. Duamids Körper schien bei jeder Bewegung zu verschwimmen, als würde er sich vorübergehend über ein Spektrum paralleler Realitäten verteilen. Sie entschied sich erst für eine der Realitäten, wenn ihre Klinge bereits kurz vor der Kollision mit ihm stand. Und Oltix wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis der erste Schlag durch seine Verteidigung brach. Sie war nicht nur schnell, wie er bald erfuhr, als er schließlich einer der transrealen Finden zum Opfer fiel, sondern auch stark. Duamids Schwert war mit einem Griff auf halber Länge der Klinge geschmiedet worden. Den Grund dafür erkannte Oltix beim ersten Schlag, der durch seine Verteidigung drang. Duamid drehte die Waffe in einer einzigen flüssigen Bewegung in ihrem Griff, zog sie hinter ihre Schulter zurück und schwang sie mit einer Wildheit, die einen Ork beschämt hätte. Oltix stürmte in den Hieb, unbeeindruckt von einem möglichen Schlag mit dem Knauf des Schwertes. Aber als die tiefgrüne Kugel seinen Unterarm traf und seine Rüstung eine Handbreit tief zerschmetterte, ließ ihn sein Kampfzustand schnell wissen, dass das ein Fehler gewesen war. Die Kugel, die den Griff der Waffe abschloss, war mit Neutriniumfilament durchzogen und verlieh der faustgroßen Kugel damit die Hälfte seiner eigenen Masse. Feine Splitter zerschmetterter Necrodermis verteilten sich über die Brücke, gefolgt von einem Zischen von Kernflux. Und dann, noch bevor die Splitter das Deck erreicht hatten, kam ihr zweiter Schlag von der anderen Seite auf Oltix Schläfe. Aber er hatte diesen Angriff kommen sehen. Kurz vor dem Aufprall schoss Oltix intakter Unterarm hoch, um sein Gesicht zu schützen. Sein immerwährendes Gewebe konzentrierte für einen Moment die gesamte Leistung seines Kerns in sich und ließ den Panzer an seinem Handgelenk härter als singularitätsgeschmiedeter Diamant werden. Die Panzerung knackte unter dem Schlag, spaltete sich aber nicht, wodurch die Wucht des Aufpralls durch den Arm der Erebur-Adligen wieder hinauffuhr. Ein Glied aus Fleisch und Blut wäre unter dem Schock zu Nebel explodiert, aber Duomed machte nur kurzzeitig desorientiert einen Schritt zurück. Oltix konzentrierte sich ganz auf seine Gegnerin und schritt über den von ihr aufgegebenen Boden auf sie zu. Als er vorrückte, wies er einen Teil seines ausführenden Zwischenspeichers an, die Reaktionen der Adligen um ihn herum aufzuzeichnen. Verräterisch schimmernde Hartprojektionen hatten sich der Menge angeschlossen. Für den Moment würde keines ihrer Schiffe irgendwo hinfliegen, trotz des Ansturms, den sie draußen erduldeten. Damit hatte sich die Aufmerksamkeit der hochrangigen Fürsten hierher auf diesen historischen Moment gerichtet. Sie waren alle stumm, standen so still wie Wachstatuen in einem Beinhaus. Aber Oltix meinte fast, ihr Heka zu sehen, während sie ihrem jeweiligen Favoriten den Sieg wünschten. Als Dynast hätte er sicher sein müssen, dass jeder der Fürsten seinen Sieg wollte, aber sein Zwischenraumknoten fühlte, wie es überall um ihn herum kribbelte. Oltix wusste, dass einige dieser verborgenen Worte ihm den Tod wünschten. Die Erkenntnis schürte seine Wut, als er Duomed näherkam. Dies, dachte er, war seine Botschaft an die Untreuen. Oltix überließ seine Glieder der Kontrolle seiner Kampfprotokolle. Er sprang nach vorne, bevor Duomed sich von dem Aufprall erholen konnte, und rammte sie mit seiner Schulter, wodurch eine Seite ihres Brustkorbs um eine halbe Elle eingedrückt wurde. Seine Gegnerin verwandelte ihren Sturz in eine Rolle mit einer Anmut, die den Körper der Necrons üblicherweise nicht möglich schien, und schaffte es, sich gerade genug Platz zu verschaffen, um der Reichweite seiner Gläfe zu entkommen. Oltix stieß frustriert eine sengende Wolke aus Kernflux aus und ging in die Hocke. Die Gläfe, tief gehalten und bereit, in einen Angriff nach oben zu schwingen. Sie umkreisten einander. Während er sich bewegte, warf Oltix einen Blick auf den Strom von Kampfdaten, die über sein Sichtfeld zogen. Dabei bemerkte er Paket und Näht, welche sich dem Duellkreis schnell näherten. Sie wollten ihm helfen, aber er warf ihnen über seinen Zwischenraumknoten Glyphen der Verneinung zu, selbst als Duomed zu einem neuen Schlag voranstürmte. Er war heute schon genug beschützt worden. Sie prallten gegeneinander, fielen zurück und trafen wieder aufeinander. Aber jetzt, da es ihn nicht mehr mit ihrem gewichtigen Knauf überraschen konnte, hatte Duomed die Initiative verloren. Sie besaß immer noch eine natürliche Begabung für den Schwertkampf, welcher Oltix nie besessen hatte, und hatte im Laufe der Jahre immer weiter gelernt, aber es war nicht genug, um ihn zu bezwingen. Eine brodelnde Mischung aus Wut und Schwung hatte ihn im Laufe der Jahre durch unzählige Schlachten getragen und hatte sich insbesondere gegen die Unreinen als extrem wirksam erwiesen. Aber Oltix spürte, dass ihn jetzt etwas durchflutete, was auf Antikev noch nicht da gewesen war. Es war nicht so, dass sich sein Kampfstil geändert hätte. Es war die Art und Weise, wie er sich dabei fühlte. Vorher hatte sich der Nahkampf immer so angefühlt, als würde er unvermeidlich in etwas Hässliches sinken. Jetzt war ihm eher, als würde er auf etwas hinarbeiten, obwohl er nicht wusste, was das war. Als er neben dem Sichtfenster der Brücke rückwärts schritt und eine Reihe von Stößen mit der flachen Seite seiner Gläfe beiseite schlug, konnte er nicht umhin, den zinnenbesetzten Moloch Polyphemus am Rand seines Gesichtsfeldes zu bemerken. Die Zeit zog sich in die Länge und trotz allem konnte er Duormitschläge immer wieder beiseite lenken. Er fand jedoch keine Gelegenheit, um selbst einen Stoß zu führen. Er wusste, dass ein Kampf wie dieser, bei dem beide Duellanten vor Musteraugmentationen königlichen Kalibers strotzten, lange dauern konnte. Und da keiner von ihnen tatsächlich ermüden konnte, bestand die Gefahr, dass der menschliche Angriff die Akrops vernichten würde, besonders dann, wenn sie für einen vollen Sonnenzyklus bis zum tödlichen Schlag kämpften. Als sie sich das nächste Mal aus ihrem tödlichen Duell lösten, durchsuchte Oltix die Optionen seines Gefechtsstandes nach irgendeinem Weg, wie er Duormit töten konnte, aber er wusste, dass jeder seiner Tricks von Duormits eigenen Fähigkeiten gekontert werden konnte, dass sie beinahe ein Spiegel seines Selbst war. Dann begann ein seltsames Gefühl durch Oltixflux zu hämmern, der aus der zerschmetterten Hülle seines linken Armes kam. Als er endlich den Grund erkannte, begriff er auch, dass er etwas besaß, worüber Duormit nicht verfügte. Er hatte die Fähigkeit, Schmerzen zu empfinden. Natürlich hätte er nichts dergleichen spüren sollen, denn das bloße Konzept von Schmerz war ein Relikt der Vergangenheit. Es war eine nutzlos transkribierte Datenreihe aus den Kreaturen aus Fleisch und Blut, die sein Volk einst gewesen war. Für die meisten Necrons von Rang war sie seit dem Tag des Biotransfers unterdrückt, aber Oltix Schmerzempfinden war von Hemion wiedererweckt worden, damit er jede ihm zugefügte Verstümmelung spüren konnte, ehe der verbitterte Glasgeborene ihn in den Zellen unter Unas Thronsaal ausgeweidet hatte. Weh sonderbar, dachte Oltix, dass ich nicht daran gedacht habe, es wieder abzuschalten. Während der Schmerz in seinem Arm hämmerte, gesellte sich eine Symphonie anderer, kleiner Qualen dazu. Die Risse und Furchen und Verbrennungen in seiner Necrodermis, sogar das Scharren seiner Panzerung auf dem Deck, als er sich duckte und vor Duormits Schlägen zurückwich, erfüllte ihn mit diesem stumpfen, sinnlosen Feuer, das während der Zeit des Fleisches so viel Bedeutung hatte. Aber er war nicht beunruhigt darüber. Er stürmte ohne zu zögern vor und direkt in die Spitze von Duormits Schwert. Überhitzter Kernflux sprudelte aus dem Stichpunkt nur einen Finger breit unter der Thorax-Kartusche von Oltix und verdunkelte die Welt kurzzeitig in knisterndem, brennendem Grün. Als er sich auflöste, war die Gesichtsplatte seines Möchtigern Usupators mit diesem spöttischen, goldenen Streifen in der Mitte kaum eine Elle von seinem entfernt. Es war natürlich so ausdruckslos wie an dem Tag, an dem sie aus dem Bio-Ofen gekommen war. Eine erbarmungslose Totenmaske, beleuchtet von den Flammen und dem Gausfeuer der Raumschlacht. Aber Oltix hatte das seltsame Gefühl, dass er hinter diese Maske spähen und das Entsetzen sehen konnte, welches sich in ihren starren Zügen vor dem Gang in den Bio-Ofen gezeigt hatte. Das Entsetzen und die Abscheu und der Hass. Und darüber hinaus der Schrecken. Duormit hatte nicht mit einem so rücksichtslosen Schritt gerechnet und sie konnte auch nicht instinktiv kontern. Jetzt hatte der König endlich die Initiative. Ein Sekundenbruchteil, bevor sie dasselbe tun konnte, aktivierte Oltix ein Protokoll für die metallodermalen Generatoren, die an dem Tag, an dem er den Thron bestiegen hatte, durch die Unterschicht seiner Necrodermis extrudiert worden war. Was für ein spektakuläres Geschenk dies war. An tausend Punkten seiner gepanzerten Gestalt entstanden Punkte von sonnengleicher, unerträglicher Helligkeit. Sie wandten sich, als wären sie Blutegel, die sich blindlings der Wärme seines Körpers entgegenreckten. Und dann bohrten sie sich auf einen Schlag in den Körper seines Feindes und gruben sich wie Millionen Widerhaken ein. Die Energie sah aus wie ein Blitz, was aber etwas vollkommen anderes war. Heftig wie ein Sturm erzeugte jedoch weder Licht noch Ton, als sie sich durch Duamids Panzer fraß. Die gezackten, sich windenden Fesseln gruben sich immer tiefer und die Meisterduellantin erstarrte, unfähig auch nur einen Finger zu krümmen, während die seltsame Energie ihren Körper zerriss. Erst Rauch, dann metallischer Dampf und schließlich pures Kernflux begannen aus den Gelenken von Duamids Körper zu strömen, bis der Blitz in seinem Hunger auch auf Oltücks übersprang. Es war ihm egal. Er ließ den Schmerz in den Strom fließen, der aus seinem durchbohrten Kern aufstieg und spürte sich größerer Kraft entgegensteigen. Das hier konnte ihm nicht wirklich schaden. Er packte seine Gegnerin mit einem Zwischenraumtraktionsgriff und hob sie mit nur einer Handbewegung in die Luft über dem Deck, da ihre Zwischenraummatrix sie nicht bremsen konnte. Und trotzdem gab Oltücks nicht nach, selbst als der Blitz seinen ausgestreckten Arm hinunterraste und seinen Kopf einhüllte, selbst als sein seltsames eisblaues Feuer die Necrodermis so erhitzte, dass sie sich ausdehnte und zerbrach und eine seiner Okulare aus dem zersplitterten Wrack einer Höhle glänzte, hörte er nicht auf. Aber dann gelang es Duamed sich zu bewegen. Das Heker, das erforderlich war, um der durch den Blitz verursachten Lähmung zu widerstehen, muss selbst für eine so kleine Bewegung immens sein. Doch sie nutzte diese Bewegung aus. Mit einer kurzen, krampfhaften Geste öffnete sie eine mikroskopisch kleine Realität im Raum und schickte mit perfekter Anmut einen Phasendolch aus dieser Öffnung. Die Klinge schnitt über Oltücks Gesichtsplatte und scherte die Unterkieferplatte ab, die daraufhin klirrend auf das Deck fiel. Oltücks taumelte überrascht zurück, presste nutzlos eine Hand auf die Wunde. Als der Blitz sich endlich zurückzog, befreite sich Duamed aus dem Griff des Zwischenraums und brach rauchend zu einem Haufen zusammen. Der Schaden war natürlich minimal, da die Gesichtsplatte eines jeden Necrons rein dekorativ war. Aber auch eine Ewigkeit konnte den instinktiven Schock einer Gesichtswunde nicht abschwächen. Einige Spuren des Biologischen, das wusste Oltücks nur zu gut, konnten niemals ausgelöscht werden. Obwohl die Raumschiffe jenseits des Sichtfensters noch immer heftig kämpften, war es auf der Brücke vollkommen still. Oltücks blickte auf. Die Hand immer noch an seine zerstörte Gesichtsplatte gelegt und sah die Menge der reglosen Fürsten, die ihnen zusah. Sie hatten hart Projektionen aus der ganzen Flotte gesandt. Obwohl ihre Schiffe noch immer die Flotte des Kreuzzugs abwehrten, waren sie veranlasst, zuzusehen, wie das Schicksal der Dynastie sich entscheiden würde. Sogar Yennek hatte im üblichen Drama seines Kommandos innegehalten und starrte Oltücks nun an. Die Euphorie, die ihn übermannt hatte, nachdem er seiner Herausforderin so schweren Schaden zugefügt hatte, war jetzt vergangen. Stattdessen wallte etwas anderes in Oltücks auf, von dem er verzweifelt gehofft hatte, es wäre in der Dunkelheit von Hämions Gefängnis zurückgeblieben. Sein Gesicht, sein Kiefer, sie hatte ihm den Kiefer abgeschnitten, er musste ihn finden. Seine Gedanken verlangsamten sich. Oltücks fand sich auf Händen und Knien wieder und suchte verzweifelt in den Trümmern des Duells nach dem abgescherten Teil der Gesichtsplatte. Die Umrisse der Dinge schienen zu verschwimmen und die Gauslampen der Brücke begannen zu flackern, genau wie sie es im königlichen Heiligtum getan hatten. Nein, nicht das auch noch. Das Ächzen, das daraufhin aus dem tiefen Gewebe des Schiffes drang, war fast wie eine Antwort. Das Deck selbst zitterte und Oltücks fragte sich, ob die wilden Spukgeschichten über Admiral Korotchepp, der bei Sokar gestorben war und der die Akrops angeblich noch immer heimsuchte, doch nicht so lächerlich waren. Und dann, als er mit schmerzenden Händen zwischen den Trümmern des Kampfes herumsuchte, sah Oltücks etwas, das seinen Flux erkalten ließ. Er hatte seine Unterkieferplatte gefunden, aber es war kein Necrodermissplitter. Es war ein Kieferknochen, umgeben von einer Reihe von Zähnen. Ein weiterer Fehler, beharrte er. Das ist alles. Durch Stress hervorgerufene Optikfehler. Die Geräusche kommen vom Schiff selbst, das sich während seiner Selbstreparatur verbiegt. Masse und Energie werden neu verteilt. Das ist alles. All dies ist nur in meinem Kopf. Aber der Kopf eines Königs war ein mächtiges Ding. Sein Heker, die Macht seines Willens, die Realität zu diktieren, war durch seine Göttlichkeit absolut geworden. So wie die Glyphe auf seiner Brust sowohl das Symbol der Dynastie als auch die Dynastie selbst war, bestimmten seine Gedanken aufgrund der Inschrift auf seinem königlichen Körper die Wahrheit jedes Aspekts in seinem Reich. Dann stieg er in weiterer Gedanke wie eine Giftblase aus Oltics mimetischem Zwischenspeicher auf. Dein Geist ist jetzt in deinem Fluss verteilt. Die Behauptung, dass alles in deinem Kopf ist, ist daher falsch, weil dort kein Gehirn mehr ist. Es war so ein pedantischer, offensichtlicher Gedanke. Aber die Implikationen verbreiteten sich wie Kadaverwürmer und füllten seinen ganzen Geist. Er blickte zu Duomed hinüber, die langsam vom Deck aufstand und sah, wie sich unter ihr eine Dunkelheit durch das Deck bewegte. Wie der Schatten eines Raubtiers, dachte Oltics, unter dickem Eis. Er hätte lieber noch dreimal gegen Duomed gekämpft, als diesem Feind zu begegnen, den er nur zu gut kannte. Oltics vermutete, dass ein jeder Nekron damit zu ringen hatte, aber jene unter Itakas Siegel gehörten zu denen, die am schlimmsten betroffen waren. Es war das Dysphorak, das Echo des organischen Geistes, das durch die Einkerkerung in Stahl in den Abgrund des Wahnsinns getrieben worden war. Es war das plötzliche Entsetzen, das einer Nekron bei der Erkenntnis überkam, kein Gehirn, keinen Herzschlag, kein Blut zu haben und das Mangels eines Munds umso lauter schrie. Oltics hätte sich während seiner Gefangenschaft auf Antikäf beinahe in diesem Wahn verloren, am Ende hatte er ihn überwunden und war aus diesem Kerker aufgestanden, um an der Seite von Djoseras gegen die Unreinen zu kämpfen. Sein Wille hatte sich als stark genug erwiesen, um das Dysphorak zu bezwingen, und als er den Mantel des Dynasten angenommen hatte, war er arrogant genug gewesen, vor sich selbst zu verkünden, dass er endgültig darüber gesiegt hatte. Am Ende war selbst der Wille eines Königs nicht stark genug, um seinen eigenen Schatten zu besiegen. Der Schatten unter Duomed schwoll an, bis er die ganze Brücke in Dunkelheit zu verhüllen schien. Die Okulare von Oltics konnten natürlich weit mehr sehen, als nur Licht. Er konnte mithilfe der ursächlichen Schwingung der Leere selbst sehen, wenn es sein musste, aber dies war so undurchdringlich wie alles aus der Zeit des Fleisches, und er konnte es nicht zerstreuen. In dieser Mitternachtsdüsternis konnte er nur Duomed erkennen, die in seine Richtung taumelte, und die Menge der Adligen, die im Licht der Hartprojektion schimmerten, während sie grimmig auf das Ende des Kampfes warteten. Und dort unter ihnen war die Erscheinung, dieses goldene Ding, das ihn im Allerheiligsten aufgeschreckt hatte. Weder sein Spiegelbild noch Unners, und doch beides, elend und blutverschmiert, kauerte es zwischen den Fürsten und Oltics sah jetzt, dass es nicht nur die Maske eines Totenschädels trug, seine Rüstung war überall mit zersplitterten Knochenstücken bedeckt, mit einer Schicht Blut über dem Gold. Das Wesen blickte Oltics mit Augen an, die direkt in seinen Geist stachen, und richtete sich dann zu seiner vollen schrecklichen Größe auf. Mit Genuss streckte er sich langsam über die düster verhangene Brücke aus und winkte ihm zu. Oltics war versucht, auf es zu deuten, die Erscheinung anzubrüllen und die Fürsten um sie herum auf ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen. Aber in seinem Schock versuchten seine kinetischen Antriebe, Muskeln zu bewegen, die vor 60 Millionen Jahren verbrannt worden waren, und seine stehlerne Brust zu heben, die noch nie einen Atemzug getan hatte. Das sollte nicht passieren, dachte er, als sich das Dysphorak mit unerträglichem Gewicht auf ihn stürzte. Ich sollte es bezwungen haben. Dann bezwing es noch einmal, sagte das goldene Ding, das zwischen den Herren von Ithakas kauerte. Schließlich bist du der König. Ich bin der König, krächtste Oltics. Aber das Gespenst war verschwunden und die Brücke war, wie vor wenigen Augenblicken, wieder voll erleuchtet, als wäre nichts geschehen. Du hast den König getötet, sagte Duamed mit verzerrter Stimme durch den Schaden, den er angerichtet hatte, als sie auf steifen Gelenken auf ihn zuwankte. Hinter ihr, in der Leere, konnte er das Schiffsflux aus der sterbenden Götterspalter fließen sehen, während Jakobs den Kern des anderen Schiffs leer trank. Er hatte sich verändert, murmelte Oltics, der nicht gewillt war, sich die Stelle anzusehen, an der die Erscheinung gestanden hatte. Es war Gerechtigkeit. Dies ist auch Gerechtigkeit, intonierte die Usurpatoren, als sie den Phasendolch zur Hand rief und auf ihn zukam. Nein, sagte Oltics. Klügere, wider Worte fielen ihm nicht ein, aber er brauchte sie auch nicht. Nein, wiederholte er und sammelte sich wieder. Weil das hier nicht mein Wille ist. Es reicht, du Amed. Aber ich denke, ihr habt mir bei einer wichtigen Erkenntnis geholfen. Ich kann nicht wirklich regieren, wenn ich das Gold nicht annehme. Es ist an der Zeit. Jetzt, da er es erkannt hatte, konnte Oltics nicht glauben, dass er es so lange übersehen hatte. Wie viel früher hätte das alles vorbei sein können, dachte er, als er das bescheidene, kleine Protokoll ausführte, das ihm seine königlichen Augmentationen seit Duamets erster Translation an Bord angeboten hatte. Duamet, die Usurpatoren, trug den goldenen Streifen ihres Hauses nur, weil der Dynast es erlaubt hatte. Von Rechts wegen stand es ihm frei, dieses Privileg jederzeit wieder zu annullieren. Und so hob Oltics das Privileg mit einem einzigen eleganten Befehl auf, woraufhin sich winzige Zwischenraumhaken an den Ankerpunkten um den Goldstreifen versenkten. Es gab ein kurzes Zischen von sich spaltendem Metall und dann ein Rauschen entweichenden Kernflux, gefolgt von zwei gleichzeitigen hohlen Glockenschlägen, als die Hälften von Duamets Gestalt seitlich auf das Deck fielen. Zwischen ihnen blieb ein makelloser Goldstreifen liegen. Oltics wandte sich den adligen Zusehern zu, als das letzte Flux aus den halbierten Überresten seiner Feindin dampfte. Möchte noch jemand meine Autorität in Frage stellen? Von der Menge kam kein Wort zurück. Oltics war sich nicht sicher, was er sagen sollte, aber Nebeschgen ersparte ihm das Nachdenken, als sie auf ihn zustampfte. Ist das also erledigt? sagte sie ungeduldig. Ja, es ist vollbracht. Meine Arbeit auch. Der Antrieb kann gezündet werden. Yennek, bringt uns fort von diesem Ort. Bringt uns nach Karnotit. 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 Karnotit.